Okay, Tag 2 von Dark Souls Daughters of Ash. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in die Katakomben und gucken, was da ist, oder wir versuchen nochmal Quillac. Aber ich würde sagen, wir probieren auch nochmal den einen Drachen, also den untoten Drachen im Tal der Drachen zu legen. Jetzt brauchen wir den Weg dahin ja nicht mehr unbedingt. Aber da ich dabei wahrscheinlich drauf gehen werde, nehmen wir mal den Regen ab. Und nehmen den. Ich habe das Gefühl, das wird schrecklich schief gehen. Ich hoffe, dass die Items, die da liegen, wenigstens was sind. Ich habe das Gefühl, das war's. So, wake the fuck up. Geil. Also Lock-On ist irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass Lock-On in Dark Souls 1 so Krebs war. Aber sobald du Lock-On hast, dann hast du ja wirklich hier oben diese vier Achsen. Und gefühlt rollt er immer genau in die Richtung, in die er nicht rollen soll. So, ist er jetzt schon wach? Ja. Wenn er der große Schild wäre, dann wäre ich jetzt noch hilfreich. Okay, scheiß mal auf Blocken. Ich weiß, ich habe gerade nochmal geguckt. Wir haben diese Soul of a Demon, die uns theoretisch wohl sehr starke Resistenzen geben soll. Aber ist halt die Frage, ist das Worth? Selbst wenn es richtig OP sein sollte, wir können es nur einmal machen. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich Toxic, oder? Das Gift wäre ja okay, wenn es mich nicht stärkern würde. Du kannst dich einfach nicht bewegen, das geht nicht. Entweder staggert dich das Gift, oder du bist zu lange in der Animation. Dann schauen wir doch nochmal bei Quilak vorbei. Oder sollen wir das tun? Ich hätte eigentlich schon gerne vorher erstmal noch den großen Schild. Wie sieht es Waffen-Dinchen aus? Einen Bogen habe ich noch nicht, oder? Doch, Longbow. Möchte ich aber eigentlich nicht machen. Was ist ein Running Attack? Die Hitbox von dem Gift ist aber auch komisch. So, weh, du rennst jetzt von der Klippe runter. Willst du nicht vielleicht mal landen? Komm. Lande. Ähm. Okay. Ach komm schon. Also entweder landet er oder er lässt es bleiben. Als ob wir jetzt hier seinen Akkuradius exploiten müssen. Als ob wir jetzt hier seinen Akkuradius exploiten müssen. Da ist er schon wieder. Jetzt sind sogar zwei. Als fucking ob. Ich habe ihn schon wieder. Ich habe ihn nicht zu erörter. Das wäre gut. Ja da ist ein Problem. Witzige den Klingelnusofern. Witzige den Klingeln. Ich habe ihn nicht gewonnen. Schreibe ihn nicht zu sehen. Die Seite ist nicht zu erörter. Dann muss haben wir Amin fast. Also der Teil von Valley of the Drakes hat sich nicht verpestert, leider. Ist genauso schlecht wie im Original. So, wir gehen jetzt einfach mal ganz langsam, dass der auch schön Zeit hat, wieder so eine Startposition zu fliegen. Dragonscale, Dreaming Dragon Crest Ring, Raid Club, oh, das Ding ist hier, müssen wir gleich mal schauen. So, mehr möchte ich aber auch jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, damit müssten wir noch ein Level Up haben und damit sind wir dabei ruhig bei 30 Stärke. Wie viel Titanite habe ich noch? Sieben. Okay, neun brauchen wir für plus fünf. Das heißt, den Rest können wir auch nachkaufen. Also, wir können unter Umständen schon auf eine bessere Waffe wechseln. Vorausgesetzt natürlich, die Raid Club ist noch so gut. Gothic habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ja. Und? Ja. Also, ich glaube, es ist Very Good. Ich helfe mir mit bathtubischer Werbung so gut. Okay, ich helfe mir mit 4, 3. So, pass auf. Wir leveln. Dann können wir nämlich den Spider-Shield wegnehmen und durch den hier ersetzen. Rolle ist dadurch jetzt natürlich kacke, aber das kriegen wir noch irgendwie hin. So, jetzt möchte ich wissen. 137. 135, aber es ist viel, viel schwerer. Hat B-Scaling. Wenn wir das angucken, die Battle-Ex schafft. Ja. 193. Und die Great Club ist einfach jetzt schon drüber. Jetzt ist bestimmt schon Fat-Roll, oder? Yo. Shit. Equip-Load. 33 von 62. Okay. Das ist schon Fat-Roll? Das müsste doch noch eine Mid-Roll sein, eigentlich. War es nicht irgendwie 40 und 70? Oder 30 und 70? Und ich dürfte ja zumindest nicht weit weg von der Mid-Roll dann sein. Und ich dürfte ja zumindest nicht weit weg von der Mid-Roll dann sein. Okay. Ja. Ja. Das ist dezent langsam, aber es haut gut rein. Oh. 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 Die Great Club ist tatsächlich eine normale Waffe und ich glaube auch eine ziemlich beliebte Waffe für Stärke-Builds. Ach, da ist der Dude wieder. Ich dachte, der respawnt nicht mehr. Ach, dann kriegen wir ja sogar noch einen Titanitsplitter, wenn alles gut geht. Er pancakt uns einfach selbst mit. Das ist sein Schild. Und er pancakt uns einfach trotzdem. Das ist doch nicht normal hier. Ja, soweit. Wir haben hier gestern, oder ich habe hier gestern ziemlich viel geflucht, aber irgendwann hat es dann Krieg gemacht. Wir sind so lahm. Wir müssen unbedingt wieder Endurance leveln. Oh, das ist sehr schmerzhaft. Ich meine, klar, das gehört natürlich zu einem Strength-Build auch dazu, dass einem das völlig egal ist, aber... Man ist auch einfach... Man ist auch beim Laufen so lahm. Oder wirkt das nur wegen der Animation so? Wie gesagt, wir haben eigentlich nur halbe Ladung. Kann natürlich sein, dass das per Mod... ...dass das durch die Mod geändert wurde, dass man halt früher Fat Roll kriegt. So, Reinforce. Stimmt, den Towershield, den können wir auch noch verbessern, aber ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Das ist eher was, was man spät macht, wenn einem die Titanitsplitter nachgeschmissen werden. Reinforce Weapon. Ah, jetzt haben wir schon wieder nicht genug Seelen. Ach, die braucht ja irgendwie 800. Pro Teil. Äh, ja. Gibt es hier irgendwas, wo wir schon hier rein können? Hier liegt ein Item. Titanite-Chart. 800 Seelen. Weiß ich nicht, ob ich mir das mit dem Bild hier antun will. Wir gehen nochmal kurz ein paar Seelen holen. Also ich werde jetzt hier keine Consumable Souls für einsetzen. Vielleicht kriegen wir dabei auch nochmal Humanity. Vielleicht kriegen wir dabei auch nochmal Humanity. Und wenn ich dort gewohnt ist, dann ist das hier jetzt halt gefühlt, als würde ich in Sidelupe laufen. Ich werde den ich eigentlich mit dem Finger versuchen. Okay. Jetzt ist der Typ schon wieder nicht da. Ich verstehe das nicht. Also mal respawnt der und mal nicht. Komm, gib mir Humanity. Zumindest ist er wieder gespawnt. Okay, aber wir können ihn auch pancaken. Au. Das ist halt schon satisfying. Das kann man nicht anders sagen. Okay, ich wusste nicht, dass er das kann. Ich wusste gar nicht, dass er das kann. Gleiches Recht auf Pancakes für alle Turmschildkräger. Das hier ist noch nicht mal meine finale Form. Aber ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, dass ich mich so langsam bewege. Okay, der Angriff ist sogar halbwegs schnell. Aber leider kein Humanity. Schade. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber wir testen gleich mal die Waffe gegen die Skelette. Okay, da meinst du tatsächlich was anderes, als ich dachte. Ähm, warte, wo ist Petrus? Ähm, okay. Okay, er ist weggemoved. Okay. Ach nee, jetzt ist er hier unten. Spawn die Skelette nicht nach. Ich meine, der Dude, das sie angreifen, war ja verbunden mit den, ähm, mit den Items. Okay, ist natürlich cool, dass die jetzt hier sind. Wenn du, das macht Sinn, dass sie jetzt hier stehen, weil sie ja sowieso in die Katakomben gehen. Ich bin mal gespannt, ob, äh, das mit der Bone Zone später klappt. Ich meine, wir haben noch Darkroot. Darkroot, äh, Basin haben wir ja auch noch, was wir erkunden können. Ich bin mal gespannt, was er mit dem Garten gemacht hat. Weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, die NPC-Phantome sich noch, äh, so einfach von der Treppe, äh, auf die Treppe locken lassen und dann in den Abgrund springen. Weil es doch wäre das jetzt mit dem neuen Ring ja, äh, richtig leicht zu abusen. Außer natürlich, sie spawnen nicht nach. Ja. Doppelpancake! Ähm, okay, irgendwas ist schon wieder gestorben. Ja, das kann ich ja auch. Okay, also der Angriff pancaket mich. Okay. Der ist fix mit seiner Keule, ja. Gut, der ist ja auch ein gutes Stück größer. Gegen die kleinen Gegner wird's halt fies, weil die Axt da doch schneller war. Okay. Okay. Ey Leute, das ist nicht euer Ernst. Ich bin mir da hell of a drug, was? Ich bin mir da hell of a drug, was? Also das hier ist kaputt. Okay, also selbst der Feuerangriff macht fast gar nichts mehr. Ja, der Spruch sagt mir was, aber ich dachte jetzt irgendwie selber eher an, äh, I just snorted a suitcase full of coke. Und I'm starting to feel the effects. No. Machen wir nicht. Weil sie einfach so lahm sind. Und nur auch ein Teil hier ist. Ich fahre. Ich fahre. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Über die Hälfte der Zeit macht der Angriff einfach nichts. Das wiederum ist doch wesentlich angenehmer. Oha, ja komm doch da... Bro, du kannst nicht einfach da Stagger locken, das funktioniert nicht. Oha, ja komm doch da... Danke Spiel! Aber es ist machbar. Ja... Bro, du hast mir was, dass sie erstaunlich agil ist. Die Frage ist, bringt es mir überhaupt was, wenn ich sie töte? Ich hoffe halt auf viele Seelen, dass wir ein paar Level in Endurance packen können und hoffentlich mal wenigstens wieder die Mid-Roll haben. Boah, warte, gab es in Dark Souls 1 auf eine... Ja, oder? Gab es eine Mid-Roll? Irgendein Dark Souls-Spiel hatte doch, glaube ich, nur zwei Arten von Rollen. Aber ich habe irgendwie 40-70 in Erinnerung als Cut-Offs für die jeweiligen Rollen. Was du jetzt... Oh, jetzt tue ich so, als wäre ich so gierig, dass ich weiterkommen möchte in irgendeiner Form hier. Ich weiß halt im Moment nicht, wo der Beste ist. Reicht es nicht, dass du ein Schildkröte mit der Durchschlagskraft eines Vorschlagkamers bist? Nein! Von Schildkröte würde ich mich noch nicht nennen. Also dafür sterbe ich doch noch ein bisschen zu leicht. Zumindest, wenn es kein physischer Angriff ist. Okay, das hat mich jetzt einfach verfehlt. Ich liebe es, wenn... Einfach Angreife random den Schild ignorieren. Ich kann mit dem Jaure-Küchlein eigentlich irgendwas Sinnvolles anfangen. Also außer sie auf Gegner schmeißen und sie versuchen damit zu vergiften. Ich glaube, Snuggly will einen haben. Aber darüber hinaus... Ich glaube, in Dark Souls 3 bin ich mal von jemandem gekillt worden, der dann erstmal direkt so einen Scheißhaufen auf mich geworfen hat. Also während ich gestorben bin. Ich dachte, das ist aber auch dann der maximale Disrespekt. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es geht dann nicht. Ich habe mich mit der Schildkirche zwischen dem Schildkirchen. Ich glaube, das ist kein Schildkirchen. Ich meine Schildkirche. Ich bin mir einfach nicht vor, dass ich diese Schildkirche des Schildkirches versuche. Man kann Dark Souls da mit Kacke werfen. Jetzt bin ich am Spiel interessiert. Ja, das geht. Du kannst auch Dark Souls 1 mit Kacke werfen. Oh, die Recovery Time nach einer Fat Roll. So absurd lang. Als ob der den ganzen Weg hinter mir her ist. Gehört auf die Feature-Liste der Spiele-Box. Hätte ich das Spiel schon durch. So kann man sich auch outen. Frage, kann ich irgendwo noch die Purple Moss kaufen? Weil sonst habe ich bald keine Möglichkeiten mehr, mich von Gift zu heilen. Das hat nichts mit sowas zu tun. Mhm. So, die Eröffnung ist immer der Angriff. Wow, sogar mal aus dem Radius rausgeschafft, rechtzeitig. Okay, das war Shit. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ganz ehrlich, Krelak ist mir... Der Boss ist nicht das Problem, aber der Weg dahin ist mir zu nervig. Sollen wir uns mal im Darkroot umgucken? Also ich habe das Gefühl, für Krelak müsste ich eigentlich ein bisschen beweglicher sein. Ich habe mir auch damals Spotlight nur geholt, weil ich was gefunden habe, dass man mit Einkaufswagen durch die Gegend fahren kann. Das ist so in Sachen wirklich einfach interessant. Fallout 4. Es gibt einen Bademann mit Physik. Ja, sowas ist halt... Sowas ist halt schon irgendwie mal lustig. Das sind halt so kleine Dinge, die einem Spiel auch Persönlichkeit geben. Das ist ja bei Siedler ja auch nicht anders. Mit den eidlen Animationen von den Siedlern. So, das sind so Sachen, die müssten nicht im Spiel sein. Das Spiel würde sich nicht verändern dadurch. Zumindest nicht vom Gameplay her. Aber das sind dann so Sachen, die im Kopf bleiben. Ich glaube, wie lange ich hier für Krelak gebraucht habe, das wird ein Mean. Wie gesagt, sie ist nicht mal schwer, aber wenn man sich halt einen Fehler erlaubt, ist man tot. Und ich habe nicht wirklich die Beweglichkeit, um bei ihren Angriffen schnell rauszukommen. Oh, Humanity. Jetzt kriegen wir Humanity. Wohin gegen Krelak hätten wir sie brauchen können? Ohne solche Sachen würde sich das Feeling eventuell verändern. Ja, und darum geht es ja eigentlich. Bei jeder Form von Kunst. Du willst ja bestimmte Gefühle in dem Leser oder im Konsumenten hervorrufen. Weil es wirklich einige Menschen geht, denen sowas komplett egal ist. Ja, ich sage mal so, es muss ja auch nicht alles in einem Spiel für jeden interessant sein. Ich finde es halt immer schade, wenn sowas, wenn das so bei Siedler halt, wenn da halt so argumentiert wird. Ich denke halt, so Siedler ist halt auch, finde ich, viel mit Persönlichkeit und dem Charme, den halt die Siedler halt haben. Und das ist halt, finde ich, nicht... Das ist halt das, was ein Spiel nicht austauschbar macht. Da habe ich ja auch in dem Siedler 5 Story Video drüber gesprochen. So, ich sage mal so, Planetary Annihilation. Das Spiel hat es nicht geschafft, dass ich dazu was empfinde. Aber es ist im Prinzip ja eigentlich nur Supreme Commander. In neu. Ist ja eigentlich nichts anderes. Und Supreme Commander hat es aber geschafft mit seinen Fraktionen, dass die zumindest halbwegs zu Art etablieren. Das sind... Gerade bei Genres, die umkämpfter sind, sind es eher solche Sachen, die halt das Spiel abheben. Humanity, das ist immer gut. Ich frage mich, ob das Bonfire hinter der Illusory Wall noch da ist. Okay. Stattdessen werden wir einfach gegankt. Okay. Hier ist Johnny. Ja, definitiv. Heißt das? Heißt das etwa, dass wir... Wir wissen wahrscheinlich erstmal nach Arnor Londo, oder? Komm schon. Töte ihn, mein Junge. Aber wir kriegen auch die Moosklumpen. Das ist total gut. Leute! Ey, das war einmal lustig. Aber das kannst du doch nicht ständig machen. Vor allem mit einem Radial Attack. Was soll denn das? Äh, das war Scary Movie, war das, oder? Mit, äh... Ne, Shining, genau. Ich hab beide nicht gesehen, deswegen... Nee, Scary Movie war ja mit, äh... Ja. Scary Movie war ein anderer Film. Ich hab beide nicht gesehen. Ich kenn auch nur die Szene, weil die so gemimt wird. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich um das Meme herumkomme, wenn ich, äh... Das Highlight Video mache. Ich muss die Leute ja irgendwie übers Wochenende... ...hin wegtrösten, wenn ich nicht da bin. Alter! Jetzt ist aber mal gut, ihr könnt doch... Das... Ihr könnt nicht überall den... Das kannst du ein- oder zweimal machen. Aber danach ist es halt auch overused. Für die Hardcore-Fans kommen wir uns in Zugriff-Erscheinungen. Ja, ich... ...werd sonst einige Zeit lang keinen Content haben. Und das möchte ich halt nicht. Außerdem muss ich auch echt den Twitch-Account noch ein bisschen pushen. So, hier. Das wusste ich tatsächlich schon. Moonlight Butterfly ist nicht mehr allein. Wie lange wird da nichts Neues kommen? Bis ich wieder zu Hause bin, was ein bisschen dauern wird. Irgendwann im Lauf der nächsten Woche... ...komme ich heim und dann ist, äh... Walking Bastion. Ey, das geht nicht anders. Ich muss den... Ich muss den killen. Äh! Ich muss ihn nur dreimal treffen mit meinem Schaden, aber... Twitch-Account. Twitch-Account pushen. Alles in Caps schreiben. Nehmen, Stream rumschreien. Hier und da Tittenbilder mit roten Kreisen nicht vergessen. Aber nicht auf Twitch. Das kannst du nur außerhalb von Twitch machen. Mach es jetzt ja schon wieder hier. Ich brauche ein weibliches Video-Modell-Modell mit Brüsten. Mhm. Das wäre so traurig, wenn das auch noch wirklich funktionieren würde. Aber so rein wäre es halt auch leichter gesagt, als getan. Ja! Ich hätte da, by the way, ne Idee für ne neue Belohnung. What? Ja, klar. Triff einfach mal nicht. Ist ja nicht schlimm. So, pass auf. Poison Resists bringt mir hier nichts. Also können wir den noch ablegen. Attunement. Aber schwächt Angriffe. Warum sollte ich das wollen? Selbst wenn ich ein Magie-Bild spielen würde. Vorher, physische Angriffe sind einem ja egal, wenn man Magie spielt. Das ist eigentlich... Das ist auch ein guter Ring. Blooming Purple-Moss-Clump. Das ist sehr gut. Damit kriegen wir auch Toxic weg. Machst du ja ein Video-Modell mit den Kanalpunkten? Wie kann man das dann verändern? Oh, ich habe so eine Befürchtung. Also entweder kommt dann wirklich... ...so ein, äh... ...sehr attraktives Cam-Girl raus. Oder, falls ihr... ...RT-Game kennt... ...so was wie sein... ...Me. I won't die. Ich glaube, das ist... Ich glaube, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. So, Video-Modell-Sachen sind nicht billig. Ja, das kommt auch noch dazu. Ähm. Es... ...it stalkt er mich hier einfach. Oh. Oh, 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 oh. Das funktioniert damit im Stream zu pushen, aber weißt, was du dann für Leute bekommst. Das kommt noch dazu. Okay, ist natürlich passend, dass der Angriff mich nicht trifft. Ja natürlich, ich kämpfe ja auch im Grunde genommen auf zwei Ebenen, ich kämpfe ja einmal so 2D-mäßig und dann fliegt er hier noch rum. Vor allem Creative, mir fällt gerade auf, es gibt noch ein Spiel, was für dich ist. Kennst du Speedrunners? Kenn ich nicht. Einer der Charakter könnte was für dich sein. Einer der Charakter könnte was für dich sein. Oh. эти Charakter Frau, die sind so viel besser間这样. The Charakter von auf alle Regime, die sind so angeht, dass die Charakter verschreved. Himbeln sich eine Jacqueline, auf alle Regime wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich schaffe einen Weg zu finden, so ein VTuber-Mutter hinzubekommen, ohne zusätzliche Kosten nutzt du das dann. Ähm, nein. Und ich liebe es, wenn Gegner einfach unverwundbar sind. Und ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Wie mache ich Running Attack? Ich will das, ich will das erspringt. Ich liebe es, ich liebe es. Komm. Einer down. Bist du nicht einfach ein Standbild bauen? Das wäre dann ein BNG-Tuber. What? Das es nicht alles an Fachbegriffen gibt. Ich liebe es. Wie viele Seelen kriege ich da? Hallo Dusk. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. No. My home. My home. My home. My home. My home. My home. Okay. Okay. Cool. So. Was haben wir jetzt dafür hier oben? Ich rechne. Ich rechne schon fast damit, dass wir gegankt werden und ich das bereuen werde hier hochzugehen. Hallo André. Grass Crest Shield. A.K.A. Best Shield in the Game. Hat der Grass Crest Shield immer 90% Damage Reduction oder wurde er genervt? Ich meine, könnte ich verstehen, wenn es so wäre. Ich meine, es ist halt der beste Schild im Spiel. Achso, sie kommt. Ach, dafür ist jetzt der Turm. Das ist cool. Irgendwas Sinnvolles? Ich meine, es ist halt Zeit für Magie, ne? Ich bin so froh, dass ich gerade diesen Ring abgelegt habe. Scheiße. So, aber den Boss haben wir hier. Ja. Oh. Um. baue nicht ein Vieh? Wirklich? 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 Wir müssen auch gleich mal gucken, was die, was wir mit der Seele machen können. Weil ich glaube, die Seelen sind jetzt ja alle für irgendwelche, sind jetzt als Consumables. Weil ich mir denke, die Idee ist ja nicht mal so uncool, aber okay, spring einfach runter. Aber es ist halt in der Praxis dann oft leider so, dass man die Sachen erst recht nicht verwendet. Die halbe Community und ich, da, ich kann nicht, da kann ich die Hälfte der Flames in den Gift bestimmen. Da will wieder Hämmern sich hinvorkommen. Ich sag ja, der Speedrunners wäre ein Spiel für dich. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Homeward Bone So, Endurance Wenigstens mal irgendwie, wenn wir die Kappe vielleicht abnehmen Ja, dann sind wir zumindest wieder bei der Mid-Roll Also so viel müssen wir dann hoffentlich ja nicht mehr leveln Wir sollten uns aber vielleicht nochmal in der Gegend ein bisschen genauer umschauen Gibt es das Spiel auf Steam? Ja So, was macht die Seele? Komm Nee, okay, ich dachte schon, die Seele wäre jetzt irgendwie hier drin Use to summon Magical Projectile Aber Das ist aber kein Single-Use, oder? So 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 Muss ja sicher stellen, dass Spiny nicht zu bekannt wird, damit meine Nachrichten hinterbringt Kommst du nicht auf die Idee mit dem VTuber-Ding? Ich könnte fast meinen, du weißt nicht, was du willst Oh 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 Yikes Zwei down Fuck Das los Okay, ich habe ihn trotzdem erwischt, aber Green Moss What? Cures Bone-R awesome Second Erhöht Peeling Proficiency What? muah good 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 was er dich mit den ganzen ab und die brüste des modells verkleinert dass du keine neuen zuschauer bekommen als ob hier sonst nichts ist ein verstecktes bonfire so 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 So, Darkroot Basin. Mal gucken, was da abgeht. Ich bin gespannt, was er mit der Hydra gemacht hat. Keine Ahnung, Hydra ist wahrscheinlich einfach Bed of Chaos oder so. Ich glaube nicht, ob der Eingang zum DLC jetzt aber auch in dem Turm ist. Okay, ich darf die hier noch nicht angreifen. Das sind einfach One-Tabs. Und sie geben tausend Seelen. Zumindest mit dem Ring. Okay, da ist das Teil der Drachen, ne? Es kann sein, dass du gerade an der Stelle bist, wo ich Dark Souls aufgegeben habe. Darkroot! Darkroot ist aber jetzt nicht so krass. Und vor allem noch dazu ein weitgehend optionales Gebiet. Ist das der erste Ort, wo diese Pflanzen vorkommen? Ja! Ich habe hier so eine Befürchtung, dass jetzt hier... hier jetzt das Gang Squad kommt. Okay, ich sehe die Hydra. Hydra ist noch da. Aber die Pflanzen, da fällt man auch eigentlich genau einmal drauf rein. Ja, die sind Rittern verzweifelt. Die können fies sein, ja. Weil sie halt auch noch diesen Slow-Spell haben. Wofür man halt auch in Dark Souls ein bisschen, also den Blick haben muss. Also halt, was man halt lernen muss. Äh, man muss auch darauf vertrauen, dass, äh... Auch bei vielen größeren Gegnern, wo man es erst nicht denken würde, kann man blocken, wenn man einen 100% Resist-Shield hat. Ich lass mich gerade extrem blöd aussehen, du one-hitest die einfach. Ja, gut, ich habe hier noch ein Stärke-Bild. Ich erwarte, dass ich die one-hitte. So, und hier ist jetzt das hier. Können wir hier durch? Watchtower Key. Jetzt sind wir hier. Aber so richtig sinnvoll ist das Gebiet, glaube ich, noch nicht. Irgendwas Interessantes hier? Nein, ne? Höchstens Pfeile. Abgehoben bist du auch noch. Kann man erst mal mehr Leute im Chat als mich, schon kommen die Veränderungen. Ah. Hier, die sind inzwischen auch One-Tabs. Boah, jetzt brauche ich doch nochmal irgendwie 200 Seelen mehr. Warum bist du bloß, dass man immer etwas mit anderen teilen muss, ist man auf einmal gleicher als die. So, ein Level ab noch. Dann müsste ich in der Lage sein, zumindest zu mitrollen. Was schon mal ein Riesenfortschritt wäre. Das wird waffentechnisch noch, glaube ich, sehr interessant. Wenn wir noch so, noch eh heftigeren Stärkewaffen kriegen. Demon Grey Timer oder so. Wuuu. 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 Uah. Uah. Okay, da wir das ja jetzt abgehakt haben, würde ich sagen, wir gucken mal in die Katakomben. Seine Kopfhörer sind spontan explodiert. What? Also mir sind mal Kopfhörer auseinandergefallen, aber explodiert? Oh, ich hatte ja sehr lange das S7 Edge und irgendwann hat das irgendwann war da auf einmal ein pinker Streifen drauf und der wurde immer breiter und breiter über die Jahre. Und ständig haben mich Leute gefragt, ey, willst du das nicht einstecken? Und ich denke mir so, nein, leider. Das hat Samsung wohl nie anerkannt, diesen Fehler. Ganz ehrlich, das Handy, als ich es dann endlich ersetzt habe, war es sowas von kaputt. Das ist mir übrigens einmal sehr ungünstig hingefallen, sodass der Powerknopf kaputt war. Das heißt, das Handy halt starten, wenn mal es aus irgendeinem Grund aus war, war eine Tortur. Das Handy ausschalten war auch nicht immer einfach. Ach, hier sind wir Hat er hier eigentlich noch was Neues zu sagen? Repair Equipment, ja, das können wir mal tun. Ah, ich? Ich habe schockiert und wo könnte sie... Das ist jetzt auch so eine seltsame Geschichte. Ah, und jetzt sind die auch wieder hier. Aber es ist okay, die sind jetzt auch One-Taps. Ich wollte mir zuschauen, jetzt beschwerst du dich über Clickbait. Ich muss mal aktiver die Nachrichten lesen. Bold of you to assume that I don't. So, womit hat er jetzt die fliegenden Schädel ausgetauscht? Mit ein bisschen nichts. What? Ist das ein Bonfire? Ich weiß, dass mindestens ein Bonfire im Spinach Trap ist. Okay, das hier ist es aber anscheinend nicht. Ein bisschen Spoiler. Spiel erstmal das Spiel original durch. Und dann kannst du dich über Spoiler zu einer Mod beschweren. Jetzt werde ich einfach repostet. Alter. Danke, Dark Souls. Stimmt, ist der in der Mod. Eben. Also, das, was du hier siehst, ist sowieso nicht repräsentativ für das Orina-Spiel. Ich habe nicht gerastet an dem Bonfire. Oh. Jetzt schätze ich durch seine Aussage. Ich frage, dass ein Bonfire ist jetzt gay. Nein, nicht die Art von Trap. Aber man kann nicht leugnen von allen Souls-Spielen. Dann hat Dark Souls 1 die heißeste Level-Waifu. Ich bitte meine Mod, mit der dieses Bonfire nach einer entsprechenden Trap aussieht. Ah, hier, der Raum ist auch anders, oder? Nee. Okay, anscheinend nicht. Nee, es ging irgendwie weiter. Bin noch nie aufgefallen, weil die Ecke da sonst so useless ist. Als ich heute aufgestanden bin, hatte ich nicht gedacht, dass ich im Laufe des Tages etwas von Level-Waifus hören würde. Aber hier sind wir. Tja. Fühlst du dich nicht bereichert? Bone Chimney. Die neuen Namen sind aber auch heftig. Hallo, triggert ihr bitte? Es ist nicht in Ordnung, dass die jetzt hinter mir triggern werden. Okay, zum Glück spawnen die ja unter normalen Umständen nicht. Naah. Alter. Jetzt wird gegankt. Na stimmt, beim ersten Mal muss man ja praktisch hier durchlaufen und einfach die Necromancer killen. So, hier war das die, die mit den glühenden Augen sind, die, die aufstehen. Ja klar, bleibt doch einfach hängen. Ist okay. Kannst du mir immer in der Krankenphysik beweisen, dass Traps nicht gay sind? Willkommen wichtige Praktikere. Zum Beispiel Schrödingers Schlong. Wat? Nani? Vielleicht fühle ich mich sicher. Ich weiß noch nicht, über welchen Aspekt. So, jetzt bleibt er auch tot. Oh, yikes. Äh, wir gehen zurück. Ich mache mich menschlich und dann levele ich das Bonfire. Wir haben gerade nämlich Menschlichkeit. Hier ist noch so ein Duft. Warum stellt sich dann auch heraus, ob die, äh, Necromancer, ob die tot bleiben oder nicht? Ich traue nämlich der Mod auch zu, dass die jetzt einfach respawn. Ich traue nämlich zum Beispiel die, äh, Necromancer, ob 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 der Wunig ist. Also das ist mal so creative, ich kann auch Leute durch Dark Souls coachen, so ist es nicht. Wobei natürlich auch viel von der Magie von Dark Souls daherkommt, dass man es beim ersten Mal halt komplett entdeckt. Okay, der eine ist da, aber ich glaube das ist wahrscheinlich der, der zu den beiden Skeletten da gehört. Genau. Moment, ne, der ist auch wieder da. Dark Spirit Depraved Apostate has invaded. What? Leute, nicht hier in Wäden. Wie übt man eigentlich auf einer Tastatur tippen, ohne auf den Nachbarn der Tasten zu kommen? Hä? Hast du ne Tastatur für Ameisen oder was ist los? Okay, wer bist du? Okay, er wurde gepancaked. Das ist ein Fachbegriff, ja? Komm, greif an. Greif aber an mit was anderem als Tritten bitte. Irgendwas, was ich kontern kann. Hat der überhaupt ne Waffe? Er hat gar keine Waffe? Doch, jetzt hat er wieder seinen Morgenstern. Komm. Jetzt hitze mich auch damit. Oder versuche es. Komm. Komm. Trau dich. Pancake time. Als ob der sich trotzdem doch da durchgeheilt hat. Jetzt drücke ich auf mehrere Tasten. Dann kann ich gut zielen. Muss ich... Muss ich mit diesem Schild etwa auf Parieren verzichten? Als ob. Ne. Ha! Aber man kann mit dem Dark Souls 1 mit der bloßen Hand parieren. Das geht. Schild. 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 Schön. Oh, dieser Sound, wenn man pariert Das ist so maximal satisfying Humanity acquired Das ist halt auch Echt geiler Satz Aber jetzt haben wir einfach So viele Level bekommen Jetzt müssen wir auch wieder zurück So, Endurance Mit Roll Das ist doch schon direkt viel, viel besser Oh, ich bin direkt viel agiler So, und den Rest investieren wir Ein bisschen Wit Weil ich glaube, jetzt sind wir gerade auch an einem Punkt Wo Wit gut Gesundheit gibt Okay, Creative muss noch mal 15 Minuten weg Und rausfinden, ob die Trap auch eine Trap ist Okay, wir spawnen aber nicht zwei, oder was ist los? Aber wenn ich nur Homo sage, ist es doch nicht gay, oder? Korrekt Als ob der nicht Warum ist der nicht tot Werbepause Problem ist, ich kann den Dark Souls nicht pausieren Das dürfen die anderen auch keinen Spaß haben Na super An Sponfire setzen und Tee trinken Anderes bleibt mir ja fast nicht Wir machen jetzt auf jeden Fall nichts Weltbewegendes Gibt's irgendwas, was wir an Items Haben wir irgendwas Interessantes aufgehoben Reduces Bleeding Build Up Ganz ehrlich, wenn du das einsetzen willst, dann Das Ding ist eigentlich irgendwie einem prophylaktisch schützen Warte, ich stelle gerade fest Diese Seelen hier Die geben nicht nur Seelen Die Die geben nicht nur Seelen, die boosten auch Sachen Used to cast sorcery? What? Absorb Temporality Was? Also, du kriegst Du kriegst schon noch Die Seelen da raus? Hä? Ich bin verwirrt, wie die Seelen jetzt funktionieren Ich kann auch nichts dagegen tun, wenn ich jetzt wirklich den Spaß nehme Weil ich bin durch mein Nutzlosium-Reichtum zum Kapitalisten geworden Ich bin durch meine Kreditkarte raus Seid ihr echte Profis, Mann Okay, die Konversationen beim Chat sind based Was sollen wir denn mal als nächstes leveln? Vitalität ist auf jeden Fall wichtig Aber wir brauchen auch mehr Endurance langfristig Warte, der Demon Great Hammer Das wäre wahrscheinlich ja das, was wir am Ende haben wollen Jetzt mal gerade wissen, wie viel Wie viel Gewicht hat der? Der braucht 46 Stärke, wenn man ihn einhändig führen will Wo ist das Gewicht? 22! Der wiegt fast doppelt so viel Also dann brauchen wir nochmal Oh, wir brauchen Hevelts Ring Da führt kein Weg dran vorbei Wir brauchen Hevelts Ring Aber gut, dafür macht der halt auch gut Damage Ich glaube, der... Ne, das ist der plus 15 Wo steht denn, was der eine macht? Der eine hat schon irgendwie... Der hat B-Scaling Und hat 138 Base Damage Der geht auf plus 5 schon auf die 207 rauf Moment, wie viel habe ich denn mit dem hier? Das ist so... Das ist auch nicht so ein Riesenunterschied Na gut, das Scaling kann natürlich noch was raushauen Aber es ist fraglich Ob das... Ob das so viel bringt Müssen wir uns dann mal angucken, wenn wir das Ding haben So, die Werbepause ist vorbei Wir gucken Was haben wir hier? Trigger Achso, hier, die Statuen Die Statuen kann man auch einfach blocken Ist nicht hier auch eine Illusory Wall? Hallo? Wer ist denn hier? Ne, hier auf der anderen Seite ist die Wall, ne? Genau Von hier aus kommen wir noch nicht ran Xiaomi, danke fürs... Fürs geschenkte Sub Das ist nice Okay, ich hab erst gedacht, dass das... Ich hab erst gelesen It's the first gift Sub on this channel Und das... Weiß ich halt, dass das nicht stimmt Aber... Steht nur, dass es dein... Dein erstes ist Okay, warte, er ist grad gestaggert Obwohl ich ihn nicht getroffen habe Wusste ich gar nicht, dass das geht Wie viele Necromancer sind denn hier? Boah Das hier sieht irgendwie aus Nach Illusory Wall Ja klar Geh einfach in die Ecke Boah Boah, das war jetzt aber sehr, sehr knapp Wunderer Boost Okay, Xiaomi, das ist cool Da ist Abo drei Monate lang Einfach direkt schon beim Voraus Das hab ich auch noch nicht gesehen Okay, der springt einfach mal grad in den Abgrund Der größte Gegner ist hier grad meine Kamera Trinkgeld bekommen heute Direkt wieder mal Simp Money raus Das nennt sich dann Der ewige Kreis Okay, Moment Hab ich hier was Was hab ich denn damit getriggert? Boah Ich muss sagen Die Katakomben sind wirklich nicht mein Lieblingsgebiet Auch nicht im Original Dark Souls Da fährt man glaube ich runter Jetzt wurde im Feuer Sollte ich da irgendwann als Aussage verwenden Und gucken wie es wirkt Wenn sie mir eine milde Gabe geben Dann spritzen sie neurodiverse Menschen in Deutschland Die Leute gucken dich dann erstmal an und denken so What? Um Okay Wenigstens nehmen wir hiervon keinen Schaden Jetzt sind wir wieder hier Hä? Was hab ich jetzt erreicht? Ich hab mich den ganzen Tag an und denken Oh Gott Was ist der Unterschied? Ich hab mich gerade echt Was hab ich jetzt erreicht dadurch Dass ich den einen Schalter umgelegt hab Und da bin ich gekommen Da ist ein Ein Dämon Sinner's Key Okay Was soll der aufmachen? Hä? Hier war ich doch vorhin Hab ich den vorhin übersehen? Anscheinend Das ist das Der Mordor dich nur trollen will Und schaltet Die keine andere Wirkung haben Ich glaub der Schalter ist nicht neu Ich kenn mich halt nur zu wenig Mit diesem Gebiet hier aus Ich frag mich nur wozu Versteckt man hier einen Gegner Wenn der irgendwas machen würde da draus Dass der irgendwie die Skull entern Jetzt schon Ich fände irgendeinen Shortcut gut Auf jeden Fall kriegen wir eine Menge Humanity hier Weißt du kaum hast du einmal Kaum bist du einmal menschlich Kriegst du Humanity hinterhergeschmissen Aber halt Soft Humanity natürlich Was macht er hier? Treasure Die Nachricht ist nicht von einem Spieler Pancake Aber ehrlich gesagt Mir ist das gerade zu heikel Hier noch Okay Er kommt schon mal hier hin Wir pancaken ihn Wir gucken mal kurz was danach kommt Und ansonsten gehen wir wieder zurück Ich hab das Gefühl Bis Pinreal Schaffen wir es nicht Ich hätte nichts gegen den Shortcut Aber hier Aber hier Das Gebiet ist nicht so Shortcut Lastig Leider Wenn ich jetzt die Schädellaterne wieder ausrüste Dann kann ich Dann kann ich wieder Fat Roll Da hinten ist normalerweise glaube ich ein Titanite Demon Meine Lieblings Meine Lieblings Gegner Meine Lieblings Gegner Ich hab letztens noch nen Run gesehen Da hat jemand Alle Gegner Durch dieser ausgetauscht Allerdings auch Bosse, dadurch wurde es dann eher wieder einfacher, weil die Dinger alleine eigentlich ziemlich harmlos sind Es ist zu ruhig Kein Gang Squad? Wir können uns in den Sarg legen, dann können wir schon zu den zu Nito, zu den Darkraves Wir gucken uns mal an, was sich da verändert hat Hallo Passiert dir überhaupt noch was? Ist ja so ein Träum-Move, wenn der Sarg nichts mehr tut und man sich einfach nur hier reinlegt und dann wartet und nichts passiert Oh, ich seh grad der blinzelt sogar Also noch ziemlich oft Ich guck jetzt auf die Uhr Ausgewogenes Schlaffeld, das ist wichtig, also erstmal acht Stunden in den Sarg kriegen Ich hab mal vor Monaten einen Ask Me Anything auf Reddit gesehen, sogar ein deutsches Wo jemand darüber geschrieben hat, dass er seit Jahren nur noch im Sarg schläft Hier passiert nichts Wahrscheinlich erfülle ich die Voraussetzungen noch nicht Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gar nichts mehr bringt aber wahrscheinlich muss ich irgendwas vorher gemacht haben Ich kann bestätigen, gute Särge sind extrem bequem, wenn das eingefetscht sein wird von beiden Seiten Das erzeugt unterbewusstes Gefühl der Sicherheit Ja, kann ich mir vorstellen Das ist ja auch so eine Sache so wie Gewichtsdecken Einfach so ein unterbewusstes Gefühl triggern Ich werde hier übrigens kein Bonfire aktivieren weil ich ein bisschen die Sorge habe, dass wir sonst nicht wieder hier rauskommen So, wir versuchen mal gerade hier das zu triggern, dass das kaputt geht Das stört mich halt auch so an den Katakomben Es gibt so viele Stellen, wo wenn du nicht schon den Fallzauber hast von, also generell, davon musst du halt auch Magie spielen dass du dann an vielen Stellen hier gezwungenermaßen Schaden nehmen musst So, ihr könnt sagen, was ihr wollt aber ich gehe nicht mit einem Estus zu Pinwheel Das ist Crystal Lizards Was ist das? Das ist das? Bonewheel? Aber was ist da drüben? Ist das nicht so ein Vieh aus Lost Isolive? Okay, ich habe keine Ahnung aber ich gehe hier raus So 25 Gesundheit on top Also, Quillac oder sollen wir uns mal Sands Fortress ansehen? Ich glaube, bei Quillac sind wir gerade näher Also, Quillac Okay, ja stimmt. Er verkauft mir auch nichts, weil ich zu wenig Int habe. Okay, ja stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Quillac... Die sind ja jetzt auch menschlich. Das gibt uns ja auch nochmal einen Boost. Mal sehen, ob wir sie jetzt hinkriegen. Das wird nämlich langsam echt lächerlich mit ihr. Und ich meine, wir haben jetzt auch Mid-Roll. Das macht uns ja nochmal ein gutes Stück Agida. Warte. Hä? Moment. Dieser Sprungangriff. Muss ich dafür in der... Nein. Ich muss dafür nicht rennen. Ich hab den ja gerade aus dem Stand gemacht. Weil diesen Angriff, den hab ich vorhin schon ständig gesucht. Äh? Hier ging doch mal dieser Sprungangriff. Ich hab Dark Souls 1 damals vor allem mit dem Reinforced Club als Waffe durchgespielt. Man sollte meinen, ich wüsste noch, wie der Sprungangriff geht. Also, es ist ja praktisch der Signatur-Moe von diesen Waffentypen. Okay, bin drauf reingefallen. Wenn mich an alte Forensignaturen auf alle Rechtschriftfehler sind, äh, die in der allgemeinen Wurstigung wurden, strategisch platziert. Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur. Deutsche Foren sind generell auch something else. Boah. Boah. Echt jetzt? Ich wollte schon sagen, es ist ein Jauchkühlschlein, ne? Ich dachte schon, ich hätte erst ein Item hier verpasst, aber... Nein. Ich sehe den Smiley vor meinem inneren Auge. Danke dafür. Du hast auch die Suchfunktion nicht genutzt. Dafür gab es doch vor fünf Jahren schon ein Thema mit veralteten Informationen. Das ist so eine Kultur, die hast du auch nur in Deutschland gefunden, glaube ich. Ich habe auch gar nicht den Poison-Resist-Ring an. Solche Seiten, diese gab es auch schon, wurden gerne kommentarelos verlinkt. Let me google that for you. Ja gut, nee, das ist ja dann... Also wenn du ja schon in einem Forum bist dafür... Also ich glaube, das kam eher seltener. Redneckering ist natürlich auch, äh... War auch natürlich... Wobei gut, das ist halt auch fies. Wohin geht es eigentlich gerade? Um deutsche Internetforen. Wow. Das war jetzt auch gerade sehr wild. Das war jetzt auch gerade sehr wild. Okay, den Angriff kann ich sogar aus nächster Nähe tanken. Wenn ich den Schild oben habe, wurde gemerkt. Und auch nur dann. Aber wenn ich es so tue, ist der Schaden sogar relativ überschaubar. Ey, was sind die Sprünge, die hinkriegt? So, jetzt nicht greedy werden. Komm schon. Und einen Treffer noch. Hat ja lange genug gedauert jetzt. Oh. Hat ja lange genug gedauert jetzt. Und ganz ehrlich, wenn die Bosse einem alle auch noch irgendwie... Die Bossseelen halt einem Level geben würden. Also nicht Seelen, sondern halt in einem bestimmten... Sondern halt Level in einem bestimmten Stat. Dauerhaft. Da würde deren Wert auch viel besser skalieren, weil dann willst du sie möglichst spät einsetzen. Wenn die Level teuer sind. Jetzt bin ich gespannt. Okay, diese Glocke darf ich selber läuten, oder wie? Aber was bringt mir das jetzt? Ich meine, Sands Fortress war ja schon offen. Jetzt hat er sogar extra hier die Szene gekürzt. So, wir machen mal grad den Ring weg, damit 30.000 Seelen... Muss das nicht sein. Gute Nacht, Osterbauer. Gute Nacht, Osterbauer. Das war ja hier, da war ein rosa Name. Ich hab keine Ahnung. Komm ich an ihm auch irgendwie vorbei, ohne ihn zu töten oder mich jetzt mit Eiern zu infizieren? Great Hollow wäre natürlich auch noch ein Gebiet, wo wir hin können. Okay, ich sehe schon, Ceaseless ist nicht an seinem Ursprung, an seinem normalen Ort. Doch, okay. Ich bin jetzt sehr neugierig, was er mit Ceaseless gemacht hat. Seit wann ist hier jeder Abonnent? Ja, es hat sich viel verändert, seit du weg warst. Vitalität. Hm. Stärke gibt natürlich jetzt auch gut was. Aber wir gehen erstmal voll auf Health. Bei Health haben wir bis jetzt viel zu sehr vernachlässigt, glaube ich. Wollen wir mal schauen, ob was mit Ceaseless los ist? Okay. Habe ich den Ring? Ne, den Ring muss ich wieder aktivieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Ceaseless so gelassen hat. Undo, wie er es ist. Also. Wir gehen jetzt kurz. Aber ich kann mir nooit darauf halten, bis wir allein auch wiedereks. Und damit können wir Dick, dass er gerade mit dem K Cheaseless macht sein. Hallo, siehst du, es ist hier irgendwas anderes. Irgendwas anderes als sonst. Ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie aggressiver ist. Das hier ist genau wie immer. Okay, nope, 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 nope. Seasless Dischart ist auch... Selbst der Name ist noch gleich. Wer bist du denn? Ist sie Freund oder Feind? What? Ist das Quilana? Sie haben jetzt nicht sicher, ob sich sie töten soll oder nicht. Weil sie halt mich nicht direkt angegriffen hat. Ivory Cascades, das Gebiet heißt anders. Das fällt mir jetzt erst auf. Ist natürlich schon clever. Aber ist das Quilanas oder... Ich meine, das würde Lore-Technisch gar ein bisschen ergeben. Meine Pyromanzie ist... nichts gegen meine Keule. Du wirst gepancaked. Ähm... Sie ist weg. Ist jetzt nicht einfach aufgelöst. ... Ach, jetzt muss ich ihn normal bekämpfen, oder? Also sie hat verhindert, dass ich ihn so töte, wie man ihn normalerweise schießt. Jetzt muss ich ihn normal töten. Rot, hier ist Binnie gerade einer Frau mit einer großen Peule. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Frau war, aber ich glaube, dass es Kree Laner war. Aber das ist das erste Mal, dass ich Ceaseless halbwegs normal töte. Aber ich habe mich überrascht, dass sich Kree Laner hier einmischt, wenn sie das war, weil ihr ist ja auch egal, wenn man Kree Laner tötet. Ich glaube, nur bei der anderen, bei der Fair Lady, bei der, das findet sie, glaube ich, nicht gut. Boom! Soul of Kree Laner hat einfach jetzt einen Namen bekommen. Ähm, doch, ich wollte schon sagen, gibt ja keine Seelen. Ach, das hier geht jetzt aber, aber in Blytown, das kleine Stück, das ist, das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Gehe ich noch irgendwie 4.000 Seelen zusammen? Used to share searing pain, what? Warum sind diese Bonus-Effekte für die Seelen, ganz ehrlich? Ich, als ob man auf die Idee kommt, Seelen so einzusetzen, als Angriffe oder als Heilung. Dafür kriegst du sie doch gar nicht dauerhaft genug. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir uns ja gerade mal umgucken, was es jetzt da unten gibt. Und dann frage ich mich, ob wir schon in Lost Isleaf können. Und dann frage ich mich, ob wir schon in Lost Isleaf können. Wobei natürlich die Frage da ist, wie weit wären wir gekommen? Und dann frage ich mich, ob wir schon in Lost Isleaf können. Habe ich gerade Vessel gehört? Ja. Wow. Das wird ganz klar ein paar Zähne zu viel. Und dann frage ich mich, ob wir schon in Lost Isleaf können. Na. Ja. Da gibt's nen Bonk. Oder auch nicht. Und dann frage ich mich. Okay. Lava. Nicht gut. Weißt du, was ich immer mache, wenn ich die 15 Minuten weg bin? Ich weiß es nicht. Boom. Green Titanite Shard. Damit könnten wir eine Divine Weapon machen. Das wäre vielleicht ganz gut für die Katakombe, dass die Skate nicht aufstellen. Das wäre vielleicht ganz gut für die Katakombe. Ihr interessiert euch gar nicht für mich. Das Item kriege ich auch realistisch nur mit dem Lava Ring. Interessiert es euch, wenn ich hier rüberkomme? Es sind auf jeden Fall nicht mehr so viele Taros Dämon. Es sind ja normalerweise irgendwie sieben hier, glaube ich. Nö. Jetzt bleiben wir wacht, was auch immer da liegt. Und da komme ich nicht dran. Und da kommen wir dann. Und dann Und dann Falsche Richtung Wow 10 von 10 Es gibt ab und zu Zeit, wo man unter Wasser spielen muss. Ich habe im Test gestellt, dass wohl anscheinend es für das Originalspiel ein Update gab, wo diverse Verbesserungen aus Below Zero portiert wurden. Auch Performance-Technik und so. Da bin ich mal gespannt. So, normalerweise invadet ein Kirk. Oder? Ja, Kirk kommt hier. Wer ist das? Er geht wie einer der Ritter aus Anor Londo, aber... Als ob der drei Treffer von dem Ding hier kriegt. Mir fällt doch auf, wir haben die Large Ember noch gar nicht. Das heißt, wir können dann auch gar nicht unsere Waffen auf Plus 6 bringen. Das Ding ist halt auch agil. Trifft das überhaupt? Ja. Red Titanite Shunk? Das ist lame. Das ist halt ein Pyromancer. Das ist halt ein Pyromancer. Tschüss, Xiaomi. So, ist das ein NPC gewesen, der hier vorhin... Wer bist du? Er hat den Helm? Was ist das hier für ein Kid Bash? Was ist das nicht? рем Pancake! Bitte sag mir, dass du nichts Wichtiges gedroppt hättest. Ähm. Ich kriege seine Seelen aber auch nicht. Wenn wir seine Seelen nicht kriegen, ist er nicht tot. Hier werde ich doch hundertproge gankt. Charcoal Pine Resin, euer Ernst? Aber das sieht aus, als wäre es offen, oder? Jetzt nur ein Lotto-Gewinn getroppt. Ist hier schon offen? Hier wäre doch normaler... Oder? Hier wäre doch normalerweise... Ach, da geht's ja auch noch lang. Hier wäre doch normalerweise dieser goldene Schleier gewesen. Bonfire. Direkt neben so einem Vieh. Dem kann ich schon mal nicht trauen. Das war's. Wie viel Lust hast du darauf, in Zukunft Neurologie-Content oder sowas ähnliches zu machen? What? Das explodiert jetzt, oder? Hier ist ein Bonfire einfach. Wow, ja hier, er. Ich weiß, was er tut. Aber an dem Punkt sind wir eigentlich noch gar nicht, dass er das kann. Okay. Videos würde ich noch machen, aber die Frage ist, was für welche? Also ich weiß, dass der Typ eine komplette Questline wohl irgendwie hat. Und ich glaube, wir kriegen auch gar nicht nochmal die Chance, gegen ihn zu kämpfen, oder? Komm, wir gehen nochmal gucken. Und ich glaube, wir können das mal mummy... Klar, das staggert ihn nicht. Er ist schon wieder da. Das können wir nochmal probieren, was er gibt. Aber ich habe so eine Befürchtung, dass uns das nicht so wirklich weiterbringt, wenn wir den NPC killen, der uns gerade überfallen hat. Falls er überhaupt noch da ist. Das war jetzt natürlich clever von mir. Black Knight-Helm. Warum er den hat? Aber okay. Frage, respawnt der Wurm hier? Ich würde sagen, wäre weird, neben einem Bonfire Gegner zu respawnen. Hydrieren. Moment. Ich will jetzt wissen, ob der Dude noch da ist. Okay, du bist hier. Irgendwas ist hier. Irgendwas macht hier Geräusche. Ach, ich hatte sogar den Ring gar nicht an. Aber war das jetzt sinnig, die Quest zu... Das hier zu triggern? Ich meine, das sind so Sachen, um die sollte man sich eigentlich nicht sorgen müssen, weil... Du weißt ja, das ist ja normalerweise auch nicht vorher. Wer uns eine Überhabung geben kann, darf Wasser nicht schaden. Da hast du recht. So, aber ganz ehrlich, ohne Lordwessel möchte ich hier nicht groß fortfahren, wenn ich nicht muss. Ich bräuchte aber langsam auch mal die Large Ember. Aber ich möchte nicht, wenn wir wirklich nach Anor Londo schon gehen, möchte ich nicht O&S gegenüber treten müssen. Ohne halt irgendwie... Nur mit W5 Waffe. Stärkebild hin oder her. Wow, 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 wow. Red Titanite Chunk. Wow, das macht es ja sehr worth. Das macht sie nie. Was ist, wenn man versucht. Wirklich Einfachen- Wirklich Einfachen. Wirklich Einfachen, wie du schon mal eine Schuss. Aber wirklich einig, weil wir uns das zur Einfachen die Sache drauf nehmen. Great. Dadurch ist der Aufzug jetzt getriggert. Okay, sie lebt aber noch. Okay, aber es hat auf jeden Fall auch ihn gesättet. Das ist schon mal gut. Okay. Altenheit Schunk. Aber Dieser Typ, der hier noch war Der macht mir Sorgen Ähm, okay Da glitscht einfach Da merkst du halt, dass der nicht da sein sollte Wow, 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 stopp Ein Capra Demon, hier Warum bin ich eigentlich überrascht Wieso sollte der nicht da sein Weil hier kein Capra Demon zu sein hat Also in der Gegend sind zwar normalerweise Wäre ich aber nicht hier Eggwärme-Fuge, aber Das hilft uns auch nicht Ich traue dem Laden hier nicht Auch mit einem 10er Bonfire hier in der Ecke Aber trotzdem So So, was kostet mich jetzt gerade ein Level ab Na, ich sollte vielleicht mal nachgucken Na, noch 600 Seelen Ist hier noch irgendwas? Ich muss schon sagen Hier ist auch sonst nichts Ähm Okay, ich kann nicht mit ihr reden Gut, sie ist ja auch stumm Also von daher Soweit nichts Neues Okay Werfen wir mal einen Blick in In Sands Fortress Oder jetzt Besser gesagt Sands Forge Hast du gerade festgestellt Dass du mit stummen Menschen nicht reden kannst Ich glaube Dieser Charakter kann keine Gebärdensprache Und ich glaube Er hat auch nichts zu schreiben dabei Great Hollow ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, wo wir hin können Was ist auf der anderen Seite Auf der anderen Seite Ich könnte zum Schreiben ja meinen Death Note anbieten. Ich meine, solange wir keine Namen da reinschreiben, ist es ja ein ganz normales Notizbuch. Ich bin ein ganz normales Notizbuch. Ich frage mich halt auch gerade wirklich, wo finde ich die Large Ember? Ich meine, in der Incense Forge würde vom Namen her irgendwie passen, aber wäre auch irgendwie zu offensichtlich. Ich meine, es könnte weiterhin in Untiefen sein. Das Ding ist, da kommen wir halt nicht direkt hin. Oh, shit. Shit! Ich hätte jetzt natürlich Quit-Outs abusen können, aber... Das lassen wir mal. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das andere, was du beschreibst, das ist in dem 2006er-Film Den ich übrigens auch empfehlen kann, der war gut Was ist das, was du hast, was in dem Film ist, das musst du selber ausfinden Das Buch war okay Aber jetzt, je mehr man drüber nachdenkt, desto kaputter ist die ganze Geschichte hinter Remy's Haus Und dieser ganze krampfhafte Versuch, den Nachfolger für L zu erschaffen Also das wird nie so ausgesprochen, aber die Implikationen sind schon sehr heftig Was ist das? 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 Ich kann sechs Filme finden, welcher ist das? Das ist von 2006 müsste der sein Sind mehr oder weniger sogar drei Filme, die zusammengehören Wobei einer ist halt, ja Also zwei plus ein Spin-Off und der Rest ist glaube ich neuer Ich glaube in dem Film gibt es auch so ein schönes Detail, dass in irgendeiner Szene, wo halt Lightguard an der Uni ist Der sitzt halt irgendwie da auf einer Bank und ist gerade irgendwie Nietzsche am Lesen Das fasst halt irgendwie voll gut Bei denen steht allen 2006 bis 2007 Bei allen sechs? Das kann eigentlich nicht sein Also die Filme, die ich meine sind Death Note und Death Note The Last Name Und dann kommt noch L Change The World Aber ja, kann man gucken, wer auch ein L mag Das ist aber auch leider das einzige, was der Film zu bieten hat Wehe, es stellt sich jetzt raus, dass Lord Shrek draußen ist Aber ich hab doch diesen einen Schlüssel bekommen Fällt mir gerade ein Sinner's Key Open Cells bei The Way of the White Ist das vielleicht die Zelle hier unten? Falls er überhaupt noch da ist, ne? Das ist halt nochmal die Frage Falls er es nicht schon selber befreit hat, weil wir Quillac getötet haben Die ist offen Er ist schon draußen Wetten, wir kommen jetzt hoch und Firelink ist aus? Jetzt kommt das Ja, ich bin hier oben Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jahrhundert, 2020 Jetzt gibt es schon wieder einen Netflix-Film von Death Note Ähm, der ist kacke, soviel ich weiß In jeder Hinsicht Wir müssen es unbedingt amerikanisieren und wir killen einfach mal die Charakterisierung unseres Hauptcharakters. Das ist das, was ich daraus gehört habe. Das ist das, was ich daraus gehört habe. So, Zeit für ein Pancaking. Willst du eigentlich mal Delta Room streamen? Ja, irgendwann bestimmt. Wobei ich nicht weiß, ob das so viel bringt, wenn ich da den... Keine Ahnung, bei manchen Watts habe ich halt einfach das Gefühl, warum sollte sich das jemand angucken? Gerade bei so Story-lastigen Spielen, die du eigentlich nur selber spoilerst. Also da müsste dich ja schon wirklich sehr interessieren, wie der Streamer auf bestimmte Sachen reagiert. Das Delta Room hat das harte Kapitel-Enden. Also, dass man halt in 8 Kapitel 1 oder 2 in Topoständen halt den Stream gut beenden kann und dann beim nächsten Mal weitermacht. Ja, andere Sachen wie Delta Room suchen sich die Leute auch gerne für die Reaktion an. Gut, es gibt ja diese ganzen Reaction-Compilations von den diversen YouTubern. So von wegen, wie sie auf Sans ersten Angriff reagieren oder auf Asgore, wenn er sein Ding macht. So, lass mich raten. Wir können... Na, wir können es nur zu Bläste machen. Das bringt uns halt auch nichts. Wow. Das wäre ein sehr, äh... sehr erbärmlicher Tod gewesen. Okay, was macht er? Kommst du auch in solche Videos? In solche Videos kommen Leute, bei denen die Reaktion interessant ist. Hier ist erstaunlich wenig los. Okay, das ist clever. Temperaturpulver. Wir könnten die Wand jetzt schießen. Aber wir lassen es. Eagle Shield. Warte, ist das ein Großschild? Ist leichter. Hat weniger Resists. Ach okay, von hier kam ich. Ich hab Onion Brow noch gar nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall länger als Undertale. Undertale. Gut. So viel Zeit, wie sich Toby Fox dafür gelassen hat. Und immer noch lässt. Darf das auch ruhig ein bisschen länger sein. Ich bin ein bisschen mehr. 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 Wow. Da ist ein Item. Ha! Dass er jetzt auch von seiner eigenen Falle gegangt wird. Ich meine, er muss doch... Er sieht doch, dass da die Kugeln lang kommen. Er wohnt hier. Bloodbite Ring. Der wäre in den Katakomben. Vielleicht hilfreich. Ja, das mit dem WhatsApp ist auch schon ein Hintergrund, dass es ein Archiv ist. Vor allem mit einer höheren Qualität, als ich es ursprünglich auf Twitch gestreamt habe. Ich sag mal so, ich höre auch von... Leuten, also von Hinterbliebenen, von YouTubern, die verstorben sind. Jetzt höre ich auch, dass die froh sind, dass es halt so viele Aufnahmen gibt. Wenn sie das Bedürfnis haben, halt die Stimme nochmal zu hören. Da hatte tatsächlich die, ähm... Die Frau von TotalBiscuit hatte da jetzt die, äh... Befürcht... Also, sie hat mal irgendwie, äh... Die Befürchtung, dass sie die Sachen runternehmen muss. Weil... Äh... Im Raum stand, dass, äh... Halt anhand von dem ganzen Material, was noch online ist, äh... Jemand... Deepfakes... ...erstellen könnte. Aber dann hat, äh... Aber sie hat sich dann dagegen entschieden, weil, äh... Fünf Minuten reichen halt leider schon für so ein Deepfake. Shit. Und ich denke mir halt auch... Das Ding ist, das Original ist halt, finde ich, eigentlich noch mit die beste Verteidigung gegen sowas, weil du... Damit... Noch am ehesten nachweisen kannst, wofür diese Person zu Lebzeiten gestanden hat. Und ich denke mir halt auch... Auch Stimmen kannst du imitieren, das ist kein Thema. Aber die Art und Weise, wie jemand redet und seine Wortwahl, das ist schon wiederum schwieriger zu imitieren. Die Kapitale... Also, ob's, äh, halt ein klares Ende für Kapitel 1 gibt und dann Kapitel 2 anfängt. Dass das halt kein fließender Übergang ist. Ähm... Okay. Jetzt wird's... umgestellt. Gibt's sogar ne Kapitelauswahl. Aber wie wird das dann mit Entscheidungen... gemacht... Also ich... Soll ja... Soll ja... Soll ja eigentlich nur ein Ende haben, wo ich das verstanden habe. Anders als Undertale, was ja irgendwie 10 Millionen Enden hatte. Habe ich nur das Gefühl oder ist... Ist die Kugel schneller als... Beziehungsweise die... Die Abstände, habe ich das Gefühl, sind kürzer. Kann es sein, dass... Man diesen Run nicht schaffen soll. Wenn ich könnte, Quitouts abusen, aber... Wäre schon den gedachten Weg erstmal gehen. Und tschüss. Da unten ist ja auch noch... Müsste ja auch noch einiges los sein. Ich habe mal geschont, ob die Titanite Demons noch da sind. Also weggen, wie wir sind jetztacament wenigstens. Ich bin jetzt nicht mehr Verbrauch. Was ist das, was ich gerade wenn ich ihr drauf Cav produção kenne... Ein flooded Untertitel hat. Soll ich die Dude? Die positien mit einer Meta wie wir beide sind sicher. Wir wollen peinen. Also kommen hier in eine fairness Vivere in mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Strike! Okay, aber das Item, was hier normalerweise wäre, fehlt. Danke, Dark Souls! Danke, Dark Souls! Danke für nichts! Nein, das wollte ich nicht. Ich müsste die Sachen eigentlich bald mal wieder reparieren. Danke, Dark Souls! Danke, Dark Souls! Danke, Dark Souls! Wenn ich frontan anfangen würde, auf Stritch zu streamen, würdest du dann zuschauen. Kommt, käme wahrscheinlich drauf an, was du streamst, wann du streamst. Er hätte das Ding wirklich wieder in Sense Fun House umbenennen müssen, wie in der einen Meme-Mod. Oder zumindest dieser Meme-Mod benutzt. Weil das ist gerade wirklich schlimm. Ich könnte Dark Souls überwiegend... Ich könnte Dark Souls überwiegend für den Stream. Ich könnte Dark Souls überwiegend für den Stream. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht sein soll. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nirgendwo im Moment so richtig sein soll. Ich bin nicht hinterher... Bin ich auch nicht! Bin ich auch nicht! Bin ich auch nicht! Bin ich auch nicht! Ich bin bei mir! Die Physik hinter diesen Kugeln ist so kaputt. Warte, hier geht's? Hier ist was. Irgendeine Spinne und da unten ist ein... Na super, jetzt komm ich hier nicht mehr raus. Das hier ist eine ganz tolle Geschichte, weil wir hier total geblockt sind. Wir können uns nicht bewegen, aber er kann sich bewegen. Das hier ohne den Rusted Iron Ring ist hoffnungslos, würde ich behaupten. Aber ich weiß beim besten Willen gerade nicht weiter. Also, ich meine, wenn ich nicht doch einen Weg finde, die Kugeln zu machen... In meinem normalen Plan würde ich jetzt im Zweifel wirklich einfach Quit-Outs abusen, aber das möchte ich jetzt hier nicht tun. Weil wenn die Bälle wirklich beschleunigt würden, dann würde ich hoffen, dass jetzt nicht der Plan ist, dass die Leute Quit-Outs abusen, sondern dass du halt irgendwie... Du erst irgendwo anders noch hin sollst. All right, so gehen Sie, wir kaufen. Aber dann habe ich gehoah... Mach es so gut gemacht. Das ist der Plan. Dann etwas ganz bist du, hinter dem Bälle vertreten. Ich habe auch eine Bedrohung, die auf dem Bälle verloren gehört. Ich habe mich mit den Bälle verloren. Oh, ich habe den Bälle. Dann habe ich geförte, was ich mich mit deinem Man. Die Spiele sind so Tetris, auch Stimulant Included, Tonight with Riot, Celeste, oh Celeste ist glaube ich auch ein Spiel, das wäre nicht zimmig. Hollow Knight möchte ich auch noch spielen. Wenn ich meine Rüstung gleich ausziehe, reicht das, damit ich fast bin? Das ist immer noch Mid-Roll. Okay, Zeit fast as fuckboy zu sein. Das geht nicht. Das geht nicht auf normalem Wege. Was? Was ist das? Was ist das? Das ist die ganze Zeit. Bei der Seite, der wird das ist. Da ist meine S4-Karte existiert. Ja, da habe ich auch die Tage noch dran gedacht. Die Karte braucht aber auch noch einen Namen, wenn ich ein Video dazu machen soll, ne? Shit! Ja, hier komme ich nicht raus. Ja, hier komme ich raus. Danke, Dark Souls. Ganz toll. Ganz großes Kino. Ja, hier komme ich raus. 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 Pass auf. Er... Er kann auch. Okay. Okay, soviel dazu. Okay, soviel dazu. So, ich mach mal grad hier den Ring weg. Okay, das ist natürlich wesentlich, äh, hab ich gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich wesentlich, äh, seefreicher. Okay, soviel dazu. Da oben muss ich da runterfallen, damit das andere Item zurückkommen. Sehe ich das richtig? Wow. Moment. Das sind gerade überhand. Jetzt sind es schon zwei von ihnen. Sind wir hier oben? Wo kommst du her? Ja. Okay. 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 Krieg ich jetzt Namensvorschläge? Nein. Nein. Das ist deine Karte, die musst du benennen. Da ist ein Item. Vielleicht etwas Sinnvolles, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt gerade sehr stark. 5.000 Seelen. 5.000 Seelen. Naja, halbwegs. Na, diesem Angriff ausweichen ist so kacke. Rusted Iron Ring, den kriege ich natürlich genau hier. Den kriegt man nicht irgendwie ein bisschen vorher. Nein, das wäre ja, das wäre ja zu einfach. Bisschen Planbarkeit und Strategie wäre ja nett. Bisschen Planbarkeit und Strategie wäre ja nett. Ich habe die Anspielung schon verstanden. Ja. Ich habe die Anspielung schon verstanden. dieser clown wahrscheinlich irgendwie mit dem geschenk, die ich höre bis jetzt auch nur creepypastas dazu ich meine, den gibt's in den Spieldateien aber es gibt Leute, die berichten dass sie ihn gesehen haben aber wie gesagt, nichts reproduzierbares ganz echt, Titanite Demons sind so RNG wenn die ihren einen Angriff machen den man kaum einweichen einweichen, ausweichen kann dann ist das eh schon lieber aber das Titanite haben sie auch umbenannt ach du scheiße das ist noch mehr aber ich würde sagen wir machen einmal kurz Homeward Bone reparieren unsere Sachen und dann versuchen wir mal und dann versuchen wir mal was da unten los ist weil ich die Zelle da führt nicht ohne Grund dahin das glaube ich nicht ich habe keinen Bericht dazu im Internet gefunden irgendwer hat mal auf Discord was geschrieben oh boy oh boy danke total toll dass er den einen Angriff macht den man nicht wirklich ausweichen kann man kann nicht mehr ausweichen Skill Issue in dem Fall aber trotzdem das glaube ich nein ich meine es war wirklich dass jemand auf dem Discord aber das war nicht ich aber über den Clown wurde schon ein paar mal geredet über den letzten Jahr das ist wahrscheinlich so ein Ding wie mit dem Kartenwechsel Glitch das ist auch so ein Ding was ja was ja eigentlich nur ich kannte das ist auch so ha diesmal bin ich mir ausgewichen das ist auch schon in der History Edition gesehen das weiß ich nicht das waren alles immer irgendwie Kindheitserinnerungen was die Leute geschildert haben das ist jetzt wieder so ein Fall ich bin gerollt aber es brachte nichts ich behaite Okay, das ist hier. Okay, normalerweise sind hier zwei. Jetzt ist dafür irgendwie nur die Snake. Ich lade gerade drauf, kann es sein, dass die Titanide Demons diesen Blitzangriff haben, dass bei denen diese Krone, dass die unbeschädigt ist und bei den anderen, das ist gerade kaputt. Ich habe da nie so drauf geachtet. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Okay, weg! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh hallo, die Kiste ist neu Man sieht die Kette nicht Man sieht nur den Anfang Aber es ist keine Mimik Crossbred Dagger Das ist aber nicht der, den man von Ist das der, den man von Den man aber normalerweise Hä? Ne Hä? Kann es sein, dass das der ist Den man normalerweise von Priscilla kriegt? Halt umbenannt So, aber Irgendwie ist hier gerade Ziemlich wenig los So, 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 mal versuchen könntest, wo ich hier gerade über den Clown nachdenke. Der Guybrush ist ja inzwischen oft im Discords unterwegs. Vielleicht weiß der was dazu. Also ich glaube, aus dem Zocker-Lounge-Discord müsste er auf jeden Fall rumhängen. Warte, du bist... Bist du der, der die... Nee, das ist glaube ich nicht der, mit der die Kugeln macht. Ich bin der, der die Kugeln macht. Hawk Ring. Okay. Das ist aber nicht der, der die Steine gemacht hat. Das ist nur der, der das Tor geöffnet hat. Beziehungsweise geöffnet hätte. Hat er ja in dem Fall hier nicht. Jetzt ist halt wirklich fraglich, wie komme ich hier wieder raus? Äh, ja. Das war, würde ich mal sagen, eine Sackgasse. Jetzt sind wir wieder hier. So, Health, habe ich das Gefühl, bringt uns nicht so viel mehr. Ja. Stärke ist natürlich immer eine gute Investition für unseren Build, aber ich würde tatsächlich eher noch sagen... Äh, Endurance. Aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht weiter, außer halt Quit-Outs. Das können wir probieren. Oh, nee, it's timeدilt. Oh, Yvonne. ... Und dann probieren wir den Boden. Er ist der Flisskott. Ich sag dir später Bescheid, beziehungsweise check ich dir den Handel oder so. Wenn du ihm sagst, dass du ein Kindheitstrauma davon hast, dann hat er bestimmt Verständnis, dass du das aufgelöst haben willst. Wenn es nicht gerade sogar sein Witz war, dann weiß er vielleicht, wer das war, wahrscheinlich irgendwer vom Art-Team oder so. Das könnte sogar funktionieren, dass der Delay dadurch lange genug ist. Wenn das der gewollte Weg ist, wie man das macht, dann habe ich mit dem Modder hier ein ernsthaftes Wörtchen zu reden. Das ist die Geschichte hier. So, ich wette, dass Secret Bonfire, was gleich kommt, ist auch nicht da, wo es sein soll. Also öffnet sich nicht von dieser Seite. Ich weiß nicht, wo du den Mörder kontaktieren kannst. Mit welchen Modder? Ich weiß auch, achso, den hier. Ich weiß, wo sein Discord-Server wohnt. Ich weiß auch, was ich nicht. Hä? Als ob. Ich bin so blöd. Ich hab das vorhin... Wieso hab ich das hier vorhin nicht gesehen? Okay. Der Mordor ist off the hook. Weil das... Das ging auch so. Das ging auch so. Ich glaube, das ist auch der gewollte Weg, wie man generell das mit den Bällen macht. Aber du schaffst es halt normalerweise halt auch dadurch. Hier, wir können auch nicht durch die Gitterstäbe durchgreifen und einfach das Item holen. Das wäre ja zu einfach. Mir fehlen aber auch einige Items. Aber Logan ist noch hier. Hm. Ich bin... Das ist noch ein bisschen useless, würde ich mal sagen. So, das Ding ist, ich glaube, die Sachen stellen sich gleich wieder... Also die Kugel stellt sich gleich wieder zurück. Das ist irgendwie so ein Ding hier. Ja, man hört es. Ich bin... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, let's go! Nice try! Leg doch glatt... Ich hätte das nicht gesehen. Dass da noch ein extra Schießscharte war. Ja, komm her! Und tschüss! Shortcut? Merchung, der hat den Clown eingebaut, damit Kinder unter zwölf Jahren war, das Spiel hat sich erschreckt und das Spiel nicht mehr spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein Glitch ist, dass dadurch irgendwie die Grafik... Die ist ja in der gleichen Gruppe. Das Spiel arbeitet ja mit Grafik... Äh, Gruppen. Dass dadurch irgendwie... Alle Grafiken in der Gruppe geladen werden und die dann ganz oben ist. Die Leute haben es ja irgendwie oft in irgendwelchen Absturz-Szenarien beschrieben. Die Leute haben es ja in der Gruppe geladen werden und die dann auch in der Gruppe geladen werden und die dann auch in der Gruppe geladen werden. Wow, das war knapp. Ähm... What? Die Druckblatt hat nichts gemacht. So, was hat er jetzt mit den Feuerbomben gemacht? Wait! What? Einfach ne Mimic in Aktion. Man sieht sie sogar atmen. Bro, du bist die schlechteste Mimic, die ich je gesehen habe. Aber das ist cool, das Vieh so einzuführen. Weil so bringst du dem Spieler bei, dass er auf die Mimics auffassen soll. Dass er nicht jeder Kiste trauen kann. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh. Da ist er. Und da ist er, der die Viehsteine sorgt. Das war so klar, dass das Bonfire nicht hier ist. Wäre ja viel zu einfach gewesen. Ähm, aber du bist hier. Large Titanite Shard. Würde ich mir sogar überlegen, wenn ich schon die Large Ember hätte. Und da ist er. Ich weiß nicht, was ich sagen würde. End. End der Geschichte. Wir geben dir eine... Wir haben nicht sogar gedacht, dass es... Vor einem Jahr haben sie versucht, den Night King Rindle oder Black Iron Tarkas. Und du wirst nicht verstehen, dass wir... Golem. Wir geben dir eine... Okay, er handelt sich nach Arnolondo zu gehen. Das ist halt... Wahrscheinlich sogar gut. Also... Ich bin auch eh gespannt, ob Iron Golem überhaupt... Iron Golem ist oder nicht irgendwas komplett anderes. ist... Large Titanite Shard. Bonfire. Oh, God bless. Wehe... Wehe... Mit dir ist irgendwas kaputt. Uff. So, ich will mal zumindest noch jetzt wissen, ob wir den Shortcut schon hinkriegen. Und ob, äh... Iron Golem wirklich Iron Golem ist. Aber zuerst mal den Bombentypi weg. Faded Ember. Faded Ember. Reinforced weak standard weapons or transformed into weapons. Das ist die... Das ist die Large Ember. Oder das müsste die Large Ember sein. Aber wie komme ich jetzt hier auf den Turm? Der Clown kommt, wenn man die Bonus-Missionen schafft. Nein. Ich habe die Bonus-Missionen geschafft. Ganz ehrlich, der Clown wäre auch viel bekannter in dem Fall, glaube ich. Das war so klar. Warum versuche ich das überhaupt? Ich habe die Bonus-Missionen auch noch nicht spielen können. Gut, dazu muss man ja auch alle Missions-CD-Sachen schaffen. Und... Ich muss ehrlich sagen, bei der Missions-CD... Die Römer-Kampagne ist gut. Die Siedel-Kampagne ist auch okay. Die Konflikt-Kampagne ist eigentlich auch in Ordnung. Mission 3 ist da halt relativ heftig. Aber die Wikinger-Kampagne war halt sehr uninspiriert. Und die Maya-Kampagne war auch irgendwie eine halbe Katastrophe. Weil einfach das Balancing überhaupt nicht funktioniert bei der Hälfte der Mission. Geht auch überall der Windsheet. Ja, müsste. Aber zum Freischalten geht das auf jeden Fall. So. Ich habe das Gefühl, der Typ ist der neue Londo Archer. Okay, das ist auch ein interessanter Block. Was ist hier drüben? Ich glaube, hier findet man normalerweise den Cage-Key. Torture-Cage-Key. Das wahrscheinlich für Logan. Ich werde jetzt ein gefährliches Experiment machen. Okay, wenn du dich nicht mehr meldest, weiß ich, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ernsthaft? Du packst den Schlüssel für den Shortcut direkt neben den Shortcut? Ich bin mir ziemlich sicher, der Schlüssel war nicht da. Also, der ist glaube ich auch hier irgendwo im Turm, aber ich meine, der wäre nicht da gewesen. Aber gut, damit ist zumindest schon mal der Shortcut aktiviert. Wir machen Fortschritte. Und tschüss. Okay, Iron Golem ist noch Iron Golem. Die Frage ist, ist der allein? Oder ist da vielleicht noch ein Boss? Ist die Brücke hier neu? Ich bräuchte jetzt mal echt irgendwie so einen Vergleich. Aber hier ist nichts. Geht hier vielleicht irgendwie ein NPC später hin? Irgendwas muss da doch hin. Das war's für heute. Oh, oh, oh. Ja, das musste da rüberspringen, glaube ich, oder? So, der respawnt, glaube ich, nicht. Das heißt, die Bomben sind schon mal Geschichte. Wenn wir jetzt noch die Steine wegkriegen, dann ist Sense Fortress halt wirklich unser. Oh, oh, oh. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Ich weiß nicht, ob das der gewollte Weg war, wie man das macht. Shit. Warte, wir legen kurz unsere Waffen ab, dass wir fast rollen können. Bei dem Bild, was ich auf dem ZL-Server gefunden habe, ist der Add-on-Menü. Ich glaube, fürs Add-on waren auch mal... Also, man hat, beziehungsweise, ich habe tatsächlich ja auch die Meditexter-Timer angeguckt. Es war wohl dafür auch mal eine Bonus-Kampagne geplant, aber die ist wohl nie gemacht worden. Also, es kann sein, dass es auch da irgendwie einen Glitch gibt oder so. Glaube ich aber eher selten. Also, eher nicht dran. Okay, was ist das hier? Das sind ja die ganzen Sachen, die man im Spiel nicht mehr beachtet, wenn man sie einmal gesehen hat. Okay, er hat einen Degen, der wird mich parieren wollen. Komm, stürz ab. Tschüss. 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 Okay, nicht so sinnvoll, was hier liegt. Okay. Okay. Okay, das ist knapp. Es gibt zugegeben, da gibt es auch nur einen Hinweis darauf, dass dieser Sprung schon schaffen sein soll. Und das ist halt dieser, dieses Stück von der Brücke. Das fand ich ehrlich gesagt immer verdrängt, dass das geht. Wow. Der Great Club Copter. So, das müsste jetzt aber eigentlich dann auch geregelt sein. Jetzt bist du hier. So, wenn wir Seelen haben, dann können wir ja jetzt die Large Titanite Shards kaufen. Wir bräuchten sechs. Wir müssen das auf jeden Fall jetzt gerade farmen. Warte, wir machen einfach, wir machen einfach den hier. So, wo war jetzt nochmal der Dude? Der war in diesem Secret Area, ne? Oh. Ja. Das war's. So, ich muss gleich mal checken, ob die Steine jetzt eigentlich weg sind, aber ich meine, der respawnt nicht. Wäre jedenfalls unkwohl, wenn der respawn, weil dann bringt es ja nichts, ihn zu töten, weil wenn du ihn töten kannst, dann ist halt auch egal. War ich hier nicht schon? Nee, jetzt bin ich wieder hier. Wo war der Dude? Gut. Der war noch in dieser... War der nicht in der Teergrube oder war der bei den... Oder war der bei den Dings? Ich bin so verwirrt. Aber jetzt haben wir gerade das Geld für die Titanite Charts. Das sollten wir nutzen. Das wird dann sein, das würde ich noch gar nicht sagen. Warte, hier ist schon wieder zu. Das hat sich resettet. Wie kann das Spiel es wagen? Also muss der Riese neu spawnen. Es geht gar nicht anders. Weil sonst kriegt man die... Gut, man kriegt auch die sonst wieder auf. Es gibt noch andere Wege, das aufzukriegen. Aber trotzdem, das ist nicht gut. Wenn du sagst, ist US ein Virus. Ja, das Virenscanner da Falls Positives haben, ist normal. Und bekannt. SU macht ja auch Dinge, die durchaus auch von Viren genutzt werden. So Sachen wie Runtimes modifizieren und so. Leute werden auch immer irgendwie immer paranoid, wenn sie merken, dass da Wireguard läuft für äh, der Siegler 3. Ist heute wieder gelesen. Stopp! Oh! Oh! Jetzt sind wir hier. Aber ich verstehe gerade noch nicht, wie wir da hinkommen sollen. Warte, warte, warte. Wir wollen einen da runter schicken. Dann können wir Logan auch schon mal was meinen. Jetzt weiß ich wieder, wo der Typ ist. Genau, der war da, wo das Secret Bonfire gewesen wäre. Nur hier, ich weiß halt beim besten Willen nicht mehr, wo die eine Tür war. Also wie man die eine Tür aufgekriegt hätte. Also man muss von der anderen Seite ran, aber wie man da hinkommt, weiß ich nicht. So, was haben wir hier Schönes? Hallo? Sorcerer Head. Ja, nicht übel. Bringt uns zwar nichts, aber... Passt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Jetzt bitte nicht sterben Jetzt bin ich hier oben, aber das bringt uns halt null, weil wir die Seelen wiederholen müssen Ich bin hier oben, aber ich bin hier oben Ich bin hier oben Das war's. 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 So Great Club plus 6 Plus 7 Plus 8 Plus 9 Plus 10 Kurzer Damage Test Und dann können wir das Den heutigen Stream eigentlich auch wieder mit einer freien Wahl Für den nächsten beenden, nämlich ob wir Iron Golem Machen wollen Oder ob wir LostEyserLift nochmal eine Chance geben Beziehungsweise Den Demon, oder was es war Oder ob wir vielleicht nochmal versuchen uns durch Blytown Zu kämpfen, jetzt mit einer Plus 10 Great Club Würde man das jetzt Sich durchaus nochmal überlegen 287 Yikes Yikes So Okay, das reicht jetzt aber auch für heute Es ist schon halb eins Ich muss das Ganze jetzt noch durchrendern Und noch ein bisschen was mit den Streams dann auch noch am Ende machen Damit fürs Wochenende für Content gesorgt ist Ich danke fürs dabei sein Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis dahin